Willkommen zum Hardware-Review der VKB T-Rudder Pedals Mark IV, einem der besten Ruderpedale auf dem Markt. Wir werfen einen detaillierten Blick auf diese High-End-Erweiterung eures Simulations-Setups, wobei die VKB T-Rudder Pedale einige spannende Überraschungen bereithalten. Diese wurden uns von VKB kostenlos für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme oder Vorgaben haben nicht stattgefunden. Es handelt sich also um unsere eigene und freie Meinung. Nachfolgend gehen wir auf das Unboxing, die technischen Daten, den Aufbau und die Installation, die ersten Eindrücke und Besonderheiten sowie die Kalibrierung und die Software ein und schließen mit einem Fazit. VKB-typisch ist die Verpackung und Sicherung des Inhalts ausgezeichnet, nachdem Formschaumstoffteile verwendet werden und mit ausreichend Platz verpackt wird. Hierbei ist das Pedal bereits weitestgehend fertig montiert und mit einzelnen Schaumstoffhülsen an den beweglichen Teilen versehen direkt entnehmbar. Und bereits hier fällt auf, dass das knapp 3 Kilogramm schwere und sehr massive Pedalsystem komplett aus Metall gefertigt ist und einen hochwertigen Ersteindruck vermittelt. Neben der aktuellen Blackbox, die auch für andere Systeme wie zum Beispiel die Gunfighter Joystick-Serie verwendet wird, ist ein 1,80 Meter langes USB-2-Kabel sowie ein 1,80 Meter langes CAD-5-E-LAN-Kabel im Lieferumfang enthalten. Zudem VKB-typisch auch alle notwendigen Werkzeuge für Anpassungen oder Erweiterungen sowie eine Kurzanleitung. Solltet ihr bereits beispielsweise ein Gunfighter-Joystick-System nutzen, ist auch ein Anschluss direkt an die Blackbox des Sticks möglich, nachdem die Blackbox mehrere Eingabegeräte über einen USB-Anschluss ermöglicht und für die Pedale der LAN-Anschluss der Blackbox genutzt wird. Alternativ kann jedoch natürlich auch die mitgelieferte Blackbox verwendet werden und hier durch die abgehende USB-Verbindung auch so eine Verbindung zum PC hergestellt werden. Dies ist beispielsweise der Fall, solltet ihr ein Gladiator-NXT-System verwenden, welches keine Blackbox nutzt. Kommen wir zum zweiten Teil, den technischen Daten des VKB T-Rudder Mark IV-Pedals. Das Modell Mark IV ist die neueste Version der VKB-Pedalserie. Ein wichtiges Merkmal dieser Pedale ist ihre Reaktionsgeschwindigkeit. Sie sind genauso schnell wie die Twist-Achse eines Joysticks, bieten aber ein natürlicheres und intuitiveres Handling, ähnlich der Steuerpedale eines echten Flugzeuges. Die Pedale bestehen im Fußbereich aus massivem Stahl, an den Auslegern und Anbauteilen größtenteils aus massivem Aluminium. Die Verarbeitungsqualität ist hervorragend, sodass wir keine scharfen Kanten oder Unsauberkeiten feststellen konnten. Außer den Pedalen wackelt nichts und das Material ist so massiv, dass wir zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatten, etwas verbiegen zu können. Zur Inbetriebnahme müssen nur noch die beiden Verschraubungen mit der Mechanik verbunden und mit dem mitgelieferten Werkzeug handfest angezogen werden. Damit ist die Montage abgeschlossen. Das VKB T-Rudder Mark IV arbeitet mit einem hochpräzisen, berührungslosen digitalen Magnetic Resistance Sensor, kurz MARS. Dieser sorgt für höchste Haltbarkeit und Präzision, was eine extreme Langlebigkeit verspricht. Im Vergleich zum Vorgängermodell Mark III wurden einige Bereiche deutlich verbessert und das Qualitätsniveau nochmals angehoben. Die wichtigsten Unterschiede sind unter anderem bequemmere Absätze, die verschiedene Fußpositionen ermöglichen, ein neues Größenverstellsystem und modifizierte Fußprofile mit mehr Halt für die Füße sowie neue und größere Gummipads für einen besseren Bodenkontakt. Ein verstärkter Zentriermechanismus mit 4 mm Dicke sowie doppelten Kugellagern für eine enorme Robustheit. Der Pedalachsrahmen wurde allgemein verstärkt und der verbesserte Pedalverriegelungsmechanismus verhindert ein Lösen der zylindrischen Zehenauflage. Zudem wurde ein externer Zugang zum Spannmechanismus ermöglicht, der ein Lösen der Achse für einen einfacheren Rollenwechsel möglich macht. Und auch verstärkte und sichtbare Federanschlusspunkte wurden geschaffen, welche einen einfachen Wechsel zwischen normaler und hoher Spannung ermöglichen. Mittels des LAN-Anschlusses und der beiliegenden Blackbox erfolgt der Anschluss zum PC letztlich über eine USB-2-Verbindung. Gehen wir im Detail auf die einzelnen Bereiche der Mark IV-Pedale ein. Das VKB T-Rudder ist mit einem hochmodernen, berührungslosen magnetischen Widerstandssensor ausgestattet, der eine extrem hohe Auflösung von 0,01 Grad bietet. Das bedeutet, dass die Pedale ultrapräzise und ohne Reibung arbeiten, was eine natürliche und realistische Steuerung ermöglicht. Diese Technologie garantiert zudem eine enorme Haltbarkeit und Langlebigkeit. Die Mark IV erreichen einen maximalen Ausschlag von 12,5 cm sowie einen Arbeitsbereich von 10 cm. Für Enthusiasten ist es unter anderem möglich, die Federspannung durch ein Austauschen anzupassen oder zwei Spannungsmodi direkt zu wählen. Aber die Pedale sind nicht nur sehr robust und langlebig durch die massive Stahlkonstruktion und Aluminium-Anbauten, sondern auch hochpräzise und reaktionsschnell, dank der Verwendung von 12 Kugellagern und einer umkehrbaren Welle. Ein Verschrauben in ein festes SIM-Setup ist ebenso möglich wie eine Platzierung direkt auf dem Boden, was dank der rutschfesten Gummiro keine wackelige Angelegenheit ist. Der 32-Bit ARM-Controller und die Möglichkeit, die Firmware über USB zu aktualisieren, sorgen für zusätzliche Anpassungsfähigkeit und Funktionalität. Und dank der Anpassbarkeit an verschiedene Schuhgrößen und Höhen mit Abmessungen 40x24x10 cm ist das Pedalset für jeden Piloten geeignet. Aber wie sieht es mit der Software und der Kalibrierung aus? Die erste Variante ist ein Anschluss der Pedale an einen bestehenden Joystick, welcher eine Blackbox verwendet. Über die kostenlose und bei VKB herunterladbare Device-Config-Software können wir dann unsere neue Z-Achse kalibrieren und so einsatzbereit machen. Und für Details zur VKB-Software, der Kalibrierung und den umfangreichen Möglichkeiten für Zusatzfunktionen, werft gerne einen Blick in die Guides zur Gunfighter- und Gladiator-Serie hier im Kanal. Die zweite Variante ist ein Anschluss direkt über eine eigene Blackbox und die USB-Verbindung. Dann tauchen unsere Pedale als eigenes Gerät in der Device-Config auf. Auch hier führen wir eine Kalibrierung durch und haben somit die Grundfunktionalität abgeschlossen. Und natürlich ist es möglich, Deadzones, Kurven, erweiterte Funktionen oder eine Mehrfachbelegung zu realisieren, je nachdem, welche Gegebenheiten und Software ihr verwenden wollt. Die Möglichkeiten sind hier dank der sehr hohen Kompatibilität mit den unterschiedlichsten Tools immens. Dank der enorm hohen Materialqualität und Verarbeitung sowie des berührungslosen Sensors ist das Mark IV-Pedal eine Anschaffung für die Ewigkeit. Die enorme Präzision und das tolle Handling bieten im Zusammenhang mit der hohen Anpassbarkeit und Konfigurationsvielfalt alle Möglichkeiten, die ein High-End-Pedalsystem bieten kann. Hinzu kommt der tolle Lieferumfang und die vielfältigen Softwareoptionen. Auf technischer Seite oder im Bereich Anwendbarkeit und Material konnten wir keine Nachteile finden, bis auf die Tatsache, dass die Pedale über 200 Dollar kosten, was jedoch wiederum im Hinblick auf Konkurrenzprodukte kein wirklich hoher Preis ist. Daher können wir die VKB T-Rudder Pedals Mark IV unangeschränkt allen empfehlen, die ihr Sim-Setup auf das nächste Level bringen wollen und einen großen Wert auf Langlebigkeit und Qualität legen. Und für Fragen, Anmerkungen oder Hinweise schaut gerne bei uns im Discord vorbei oder in den täglichen Twitch-Livestreams. Bis bald! Untertitelung des ZDF für funk, 2017